es ist irgendwie hier hardcore oder warum herzlich willkommen leute ich bin die was gerade willkommen zu einer neuen folge roll hex also das neue projekt von hexet wieder zusammen mit dem lieben ich habe meine auch weil ich gerade im vollbild spiele ach so ja wenn man schon bei mir sehen kann ich habe schon das text spektrum alles ganz schön in specs red mal er auf die falls es nicht aufnehmen sollte was ich nicht fürchte kannst du mit einer sicht schicken ja wahrscheinlich dann weil ich sehe ich soll ich sehe und voll bin ich aber auch wenn zwar nicht ich nicht wir haben wir auch schon weil ich weiß kommen nehmen ja alles brüderlich teilen tun wir uns hier alles ein green fortnehmen nämlich das ist meine hochschaut so kannst du ruhig ein bisschen was rausnehmen wenn du irgendwas brauchst wir wollen auf jeden fall hier ein bisschen holz erzählst du uns mal was wir diese folge machen wir wollen und zu hause ein bisschen also schön gestalten neu machen ja gut weil man nicht ihnen direkt hat hauptsache ein bisschen verschönern jetzt auf einmal und da hinten wollen nicht zum dinge hingehen mal zu zum billiger dorf ja dann vielleicht jetzt was schönes ja als erwartet du hast mich kurz noch ein paar werkzeuge machen so auch niemand nimmt uns unser schönes haus ab wir haben wir schon so genaue geschrieben was von dem ja aber es gibt ja leute noch die sagen nix das ist jetzt meine holz es ist mir jetzt einfach mal so und so so um nimm-dumme probieren mal den enttagen maus hatte gezeugt dann manchmal zu nur wieder hochkommt Aachen Leute, es wird ein langes Projekt. Hoffnung, ja. Ich verspreche es bei jedem Projekt, die das langes Projekt geht. Ein Prinzip wird nur ein Projekt von sechs Folgen, weil es einfach nicht schaffen, mehr Folgen aufzunehmen. Ja, jetzt kommt, äh, let's move to the, ne? Let's move to the villagers, auch. Aber wir können ja in diesem Hexe-Projekt in eine Stadt sein, sodass wir eine Stadt sind und es gibt mehrere Städte. Wir können eine aussehen, das heißt mehrere Städte. Es gibt halt zwei Fraktionen, einmal die Whitton, einmal die Dragons und wir sind in Dragons. Ja, wir hoffen mal nicht, dass wir irgendwie, äh, bei dem Server haben, dass der Server abschneidet oder so. Heißt, der Fall war. Nichts der letzte Fall war, genau, bei einem gewissen Server. Ja, den wir jetzt bitte nicht nennen möchten, weil, ähm, das wäre und nicht. Ja, manchmal müssen wir uns hier hinziedeln, irgendwie. Ich weiß es ja nicht. Ich würde ins Haus ziehen. In ein Haus, okay. Also ich würde in das Haus ziehen, da. Ja, klar. Lass mal ein bisschen Essen snacken ohne die Nacht. Soll ich so wie bei Hexen Legends einfach die Küche einnehmen? Ob hier in der Kiste ist? Ja. Oh. 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 Äh, gibt's auch noch was. Ich hätte vielleicht wieder versuchen, einen Turm auszurauben. Oh, ähm. Ja gut, ihr müsst... Ohlal. Äh, der zuleifel 64 mag, der tut, der so eine Edible, äh, Storage-Ding da verzicken und ich hör schon ein Zombie-Wund-Türe klopft. Und wir müssen uns auf jeden Fall, äh, irgendwie versuchen bei, falls ihr es noch nicht kennt, bei Witches, also bei diesen Altaren, dann kann man in diesen Witches vornern oder irgendwie, vornern kann man so in die Netzbälle finden, wo man Villager und sowas fangen. Und es einfach mitnehmen kann, dann... Das heißt, ob Samfarinat oder nicht? Ja genau. Und die müssen wir suchen, dass wir vielleicht auch Sachen in unser Haus fördern können, ohne Aufwand. Oh, also, warum ist es bei mir fast durch? Hä? Da müssen wir gerade vorhin durchgerannt. Hätte ich fast gewischt. Okay, also, aller Anfang ist ein bisschen... Oh, wer klopft denn jetzt schon wieder? Oh, jetzt! Halt dein... Halt dein Schnauze! Äh, ich würde dafür hier... Hier? Ja. Hier. Reaper. Und ich werde darauf achten, nicht diese Folge zu sterben. Ja, ich auch. Ähm, oder sowas müssen wir so ein bisschen Ressourcen sammeln. Ja, wir teilen uns auf und machen zwei Aufgaben. Der eine geht dahin, der andere geht dahin. Okay, ich nehme ein. Hier, dann gehe ich, hier gehe ich in den Turm und versuchte nicht... Oh, ich tue mich auch geil. Wecklo und bei Hexel ist es, ist es, ist es irgendwie hier Hardcore, oder warum sehe ich so viel... Oh! So viel zum Thema Sterben. Ne, meine Sachen auf. Ja, okay, warte. Oh Gott. Alter, man, die Feed Damage... Oh, Grands von mir, ne? Ja, das ist, das ist, glaube ich, Ding, äh, Hardcore. Alter. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich jetzt schon wieder sterbe. Mein schöner zweiter Tod. Das ist meine Sachen. Und das Gute ist einfach, bei dem Projekt passiert da einfach nichts, wenn man stirbt, ne? Ja. Bei dem anderen war es ja so, dass das mal eine Aufnahmesperre... Oh, äh, gemacht. Wir müssen sogar sechs bis sieben Minuten, ne? Ja, wer mit der Stolk haben wir leider ein bisschen überzogen. Fünf Minuten heißt, wir müssen fünf Minuten diesen früher Schluss machen. Und ja, nee. Ja. Da hat ein Chocobo. Ein Chocobo. Das war ein Schwert und geht da rein, ne? Nein, die Wirke, wir mein Schwert zurück. Mein Gott, ich werde sterben. Nein, auf. Schlappen. Nein, ich bin nicht. Damm, 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 damm. Damm, 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 damm. Weißt du, was ist? Oh, oh. Hi, hier meine Sachen. Bin da. Hey, klopft, nette Wichser. So, Pässe an den Händen. Ich sollte nicht, sollte ich irgendwie, mach den kaputt. Mach ich, ich mache irgendwelche Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ich produziere, äh, produzieren. Boah, wenn ich mich auf die Eile gehe, wenn ich immer auf die Kackdinge klopfen. Ja. Ach, und es ist diesmal ein Projekt ohne Jojo. Hooray. 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 Der würde stimmt allerdings. Können zum ersten Mal effizient sein, nein. So. Ähm, ja gut, äh, hauptsächlich, ja. Ja, ich weiß nicht ganz genau, was wir es hier eigentlich an, äh, Roadplay machen müssen. Es ist, glaube ich, aufbauen und halt, äh, Stadt nebenführen. Ja, glaube ich auch. So, ich gehe zu den Turm-Looten. Viel Spaß noch, ja. Hey, du bist, ich bin noch im Turm gelappen. Bist du schon? Ja. Das heißt, wir kommen dann in den Nuten mehr so schnell noch zusammen den Turm. Ja, weil wir machen es ja so, dass wir einfach hochrennen, wir letzten Mal schon zu uns spawnen uns voll viele Viecher. Ja, schon, hast du zufällig mal, ey, durch meine Steinhacke, gib dir mir wie doch. Doch, da bin ich gar nicht. Doch, hast du, ich habe keine Steinhacke mehr. Oh. Also, ich muss kurz konzentrieren. Ich habe wieder eine, habe eine gefunden hier unten. Oh mein Gott. Oh. Nein, nein. Das ist kein Fixwort. Oh. Oh, Buschpanzer. Auf, die, es fängt wieder an mit Seelen sammeln. Oh. Komm her. Oh, ich bin Ramob. Ah. Oh mein Gott, oh Gott, nein. Ich bin wieder der Mann im Ramob. Oh. Oh mein Gott, da gibt der Feuerschaden. Ja. Also, wieso, sollen wir den Klatschen bitte? Habe ich ihn geklatscht? Hä, du hast ihn geklatscht? Ja, ich habe ihn. Hä, du hast du gar nicht, also. Geh weg, geh weg, geh zurück, geh zurück. Wo ist der? Hä, wo ist der? Ich sehe nichts, ich habe Blödenes. Er ist ja weg. Wahrscheinlich wieder oben. Komm her, botz. Oh, das war ein bisschen nett. Kannst du Holz holen, oder? Ne, was ich auch kurz selber holt. Ich mag mir nämlich eine Eisenbrüche, da habe ich nämlich ein bisschen mehr Schutz. Oh, oh, Ramob ist bei mir. Rambo. 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 Ramob ist bei mir. Ramob. 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 Oh, oh, oh. Okay, das ist, äh, fünf Minuten noch. Zucker. Äh, ganz schnell eine Eisenbrüche. Und jetzt noch ganz schnell ein Backpack. Nein. Da kann ich nämlich, den Shit kann man mal wegmachen. Das weg. Das, äh, 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 äh. So, ich komme mal wieder. Ja, ich bin letztendlich an Level 22, Alter. Ich bin schon 21, viel gut. Bist du fast oben? Ja, ich bin fast oben. Ich... Okay, sonst. Äh, versuchen, äh, beim Open Stockback so... ...dann den gleich zusammen angreifen mit den Türmen, ne? Und wir können ja ohne Sprung, da ist ja Wasser. Oh Gott, da kam was. Oh! Oh, ich würde dich schön. Okay. Ich hab' immer gesagt, es geht, ich bin hart. Geh' mal weg, äh, mach' ich das kurz. Ja, ich folge dir, die folgen dir. Oh Gott. Oh, wenn die einfach nicht runde kommen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh, der wird rum. Ich hab' noch was essen, Buchschiff können wir mitnehmen. Oh Gott. ich folge dir gerade ich habe diese kacklöcher ich bin runtergesprungen also ich bin überraschend genau noch gar nichts der war aber macht gar nichts aber auch eine kiste wir machen ich habe einen diamantenschwert mit schaden des 1 in feieres spekt 1 mit haben komm hoch weil ich komme hoch die ganze Zeit von ab und nein nein auch ja jetzt könnt ihr überprüfen zwei Grad hoch gefordert mit meiner Medizin sind wenn man sie bücher sieht gut 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 Prozent in der Luft schwert vor ok gut was ist das war ab und ab und ab und aber aber diamanten essensen okay jetzt er wird jetzt mal aufpasst nein ich gleich öffnen ja mein gott ich doch dann stocke runtergefallen oh gott ich bin fast tot ich kann nicht gehen aber ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe die 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 schnell truhe oben ich will ja ich hatte ich hab's ich habe noch und noch und auch gott ich hab auch scheiße okay müssen beenden okay wenn euch gefallen hat gibt einen daumen nach oben schaut doch mal auf die vorbei um haute rein leute und bis zum nächsten mal und gibt es dann tschau